Jonas Mehrfeldt, das war das Testspiel bei Ajax Amsterdam. Wie hast du es erlebt? Es war ein sehr hartes, sehr anstrengendes Spiel für uns. Man hat gemerkt, dass sie viel frischer waren in den Beinen. Wir sind gar nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Am Anfang haben wir einen dummen Fehler gemacht. Dadurch ist dann das Gegentor passiert. Dann sind wir von Anfang an hinterhergelaufen. Man hat einfach gemerkt, dass wir noch nicht so drin sind und haben die Zweikämpfe nicht so gewonnen, wie wir wollten. Und ich glaube, das war ein guter Test, weil uns viel aufgezeigt wurde hier und heute. Was kann man mitnehmen aus so einer Partie? Ja, wir werden das Spiel analysieren und da werden wir auf jeden Fall viel daraus lernen. Gestern seid ihr angekommen, hier in Holland. Erster Eindruck? Ja, ist ganz nett hier. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute, bleibt gesund. Wir hören uns. Vielen Dank, Jonas Mehrfeldt. Danke.